hmm mh hey ho Leute und willkommen zu einem kleinen Info Video während ich mein Müsli Ob Salat halt während ich mein Ob Salat esse es ist so ich mache keine stetigen Let's Plays ich breche immer irgendwie auf halbem Wege ab weil mir die Lust vergeht und inzwischen ist es auf YouTube eher so viele machen nicht das worauf sie Lust haben sondern das was Views bringt und mein Gott wenn ich statt 10 Views 5 habe juckt es mich nicht mein Gott das ist jetzt keine große Zahl bei mir deswegen mache ich lieber das worauf ich Lust habe anstatt das Minecraft Mega Projekt Varo Aura La Baba Portal weiß ich nicht ich weiß gerade nicht was so richtig abgeht aber ich habe mir halt den wartet ich habe mir den Mario Maker vorbestellt weil ich bin so ich liebe das Spiel ohne Müll und das ist wahrscheinlich auch etwas was extrem gehypt ist auf YouTube aber ich kann es verstehen ich finde es so geil das Spiel ich habe das jetzt gesuchtet doch ich muss die letzten Tage arbeiten aber ich habe das so gesuchtet ich will alles freigeschaltet haben dass ich so viel bauen kann mich interessiert nicht das Zocken ich will einfach nur bauen keine Ahnung warum und deswegen habe ich mir gedacht dass ich mit ein paar anderen sehe halt die unberühmten Leuten zusammen ein paar Videos mache zum Beispiel dass ich auch mit anderen also wir gegenseitig uns Levels erstellen und wir die gegenseitig schaffen müssen irgendwie sowas so channelt es halt ne und ansonsten Sims 4 habe ich wieder angefangen weil ich habe mir aus Versehen ne es war sogar wirklich aus Versehen also ich habe mir extra das Bundle gekauft und da dachte ich mir oh ich mag kein Sims na gucke ich rein aber es hat halt Spaß gemacht und deswegen habe ich wieder Bock auf Sims gekriegt und deswegen Sims wird weitergehen Minecraft wird weitergehen Bloodborne ist pausiert darauf habe ich keine Lust im Moment und ansonsten eigentlich nur Minecraft, Sims und Mario Maker und Beinung auf Isaac Beinung auf Isaac kommt auch ab und zu wenn ich Lust habe also ich habe so viele verschiedene Projekte aber die kommen einfach wenn ich Lust habe deswegen mein Kanal ist halt ein Chaos also ist halt so ne also bis zum nächsten Mal Servus ich bin ich bin Mäkalees ich bin es ist ich bin Bis zum nächsten Mal.